Oh, ich bin hier schon wieder. Im Aqua Plumps-Becken. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee, wie es aussieht. Es geht wieder weiter mit Conqueen. Du Pussy. Äh, Octodad. Wie gesagt, ich rede ein bisschen leiser und entspannter, weil ich nicht so laut sein wollte. Aber Octodad muss man nicht laut sein. Ich muss die Kisten zerstören, ich habe keinen Plan. Äh, 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 äh. Soll ich rein? Soll ich das weg? Soll er? Ich bin hier noch nicht. einmal falsch geht, dann ist hier nicht falsch. Aber ich kann ja schon hin hier. Ich starbe es. Ne, ich soll die Kitten zerstören. Geht auch. So. Tschüss. Hier liegen Kissen. Umbord. Oh, der Platz ist da. Kev'n Dade. Oh, 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 oh. Hallo. Ja, klage hinüber. Oh, 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 oh. Wauwau-oh-oh-oh. Oh. Sprich mit einem Koch. Koch. ich kann es hier alles wenn der bräuchten stock ja ich hab früher unter Wasser immer Just Dance gespielt Fish Dance Einbilder war schon hier, la Hey, wer war da tanzen? Ja gut, ich lass ihn holen Ähm, was ist dieses Konflikt all about? Keine Ahnung, fangen wir am besten an, fang anfang an, yeah 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 Einige Leute würden sagen, es ging um internationale Fischereirechte Yeah, Fischereirechte, oh yeah, raus der Milch Wow, kriegt der Milch Ich räum hier auf Ich bin jetzt raus da So, Fisch, ich renne dich Bist du noch auch genug Fisch? Ich hab ihn, ähm, umlassen Zwei Fische, 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 Wohl Äh, mein Fischer ist in so einem Fest also da haben ihre reisen so Oh mein Gott! tanzen weiter und durch tanzen aha alles klar ich habe sonst hier aufgewandt das kreibern hat und und was macht Kudraaaat Nee, Pup! Duh! Tschüss! Schiff, Koff! Auf Wiedersehen! Körse dich, Octopus! Ich werde dich finden! Ich werde dich immer finden! Er will mich immer wieder finden! Das war knapp! Ach, Mensch! Ich bin ein Mystery-Man! Ja. Ah, in Zwischenzeit! Wollt ihr für eine Tänzchen? Ein Tänzchen! Ich habe ihr als Käpt'n ausgegeben und bin kein Käpt'n! Sehr interessant! Oh! 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 Ich stelle mir gerade vor, wie sie beide... Wink, 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 wink! Und dann... Machen sie es in einer Badewanne? Oder im Pool? Bestimmt was ich aus dem Punch-Becke? Ah, ein Wasser-Bett! Oh! Oh! Ich bin hier schon wieder! Im Aqua-Plums-Becke! Ich glaube, ich brauche einen Kaffee, wie es aussieht! Ich bin hier schon wieder! Im Aqua-Plums-Becke! Super! Ich kann im Kreis schwimmen! Das ist ja klasse! Äh, hinter mir schwimmt ein blöder Hai! Den mag ich gar nicht! Oder ich mag ihn nicht! Ah! 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 Ich bin hier schon Mühe geben jetzt her! Ich bin hier mehr Mühe kämpfen! Bis mein Tempo. Ich bin hier mein Tempo, da hab ich mein Böken drauf! Das war Knabby, Knabby-Pasti. So, ich habe gesehen, wie sie kennengelernt hat. Ich habe gelogen und betrogen auf dem Schiff. Hallo? Ich schwimme über einen Gegend. Und um. Ja, Mann, Mann. Einfach Gimpaddle. Das hilft schon. Hä? Siehst du, geht auf. Ja, alles kaputt hier. Oh, oh. Na gut. Hilfe. Hier Delphin, rette mich. Du auch, Delphin. Meine Güte. Ich brauche doch ihre Hilfe. Ja, komm. Wir weißen Helden der Meere. Oh, ein Loch rein da. Ich bin da, wo ich vorhin war. Toil entspanntes. Die Kinder. Hast du deinen Vater gesehen? Es ist fast die Schlussfolgerung. Wo könnte er sein? Nein, nein, nein. Ich sah ihn in eine weirde Tür gehen. Ein anderes Mysterium. Wir haben ja immer ein Tentat, ich bin ein Schwänchen, ein kleines. Entschuldigung. Ich habe schlechte Nachhinein, dass er im Garten angeht. Er wurde gegessen. Wir haben schon mal getroffen. Moment. Ich habe sie schon mal gesehen. Ja. Freund meines Mannes. Was kannst du mir über ihn erzählen? Alles. Alles. Du musst mit mir in die Cafeteria kommen. Komm schon, Stacy. Was? Warte. Warte. Du, 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 du. Punkt, 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 Punkt. Jetzt mach ich ernst. Blubber. Okay. Jetzt mach ich ernst. Blubber, Blubber. Ah, das spiel ich ganz nett. Vielleicht. Vielleicht. Wahnsinnig. Äh, ja. Ha, geh zur Cafeteria. Ja, wie ich dahin geh? Das glaubt man. Ob wir auch das laden zu? Für nur den. an england versteckt oder die gruppe an zack 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 der schlüssel an der kunden für schlecht versteckt Komm! Komm, wie gut ist, Ben? Gehto, Cafeteria. Für die letzte Mal konnte ein Jellifisch eine menschliche Familie nicht erzeugen. Äh? Komm, ich bin hier raus, sag hin. Geht an der Weg, auch! Wo bin ich denn jetzt? Ach, schön, ach so. Du denkst, Fische fühlen? Das Meer hat keine Gefühle. Was? Finde Kistenöffnungswerkzeug. Finde Kistenöffnungswerkzeug. Hab ich. Ein Schraubtier. Ich. Ich. Kistenöffnungswerkzeug. Was? Warum ist das? So, ich kann auf die Tanks und nicht wie ein Hypogrid. So. Komm raus, du. Aha. Wer macht denn sowas? So. Wer macht denn sowas? Mitten und drauflegen. Wir machen das ja nicht. Uhhh. Ich bin noch ein Tenter. Oktopus. Hätte ich Füße denn wirklich? Hätte ich Füße denn wirklich? Ach. Komm her! finden die Angestelltenuniformen Angestelltenuniformen die 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 bestimmte der bestimmte bestimmte wenn ich auch nicht okay ich dachte ich kann hier auch nicht anziehen denn ich suche die form hier wo anders versteckt da drinnen sie ich sehe nichts und eine Teulebomb geht auf den Brunnen hab ich hier gesehen ich hab die Brunnen ich hab die Brunnen oh scheiße die Brunnen da bin ich mal dran vorbei vielleicht in den Brunnen ja tschüss geht in den Brunnen geht in den Brunnen geht in den Brunnen ok ich bin rumgelandet nur gut wie es weitergeht seht ihr beim nächsten Mal bis dann euer Kunky bei dem der w